ja wieder ein bewährtes auki produkt immer wieder etwas neues auf den markt eine kleine lautsprecher box eine bluetooth box klein im wahrsten sinne des mondes 2 x 3 watt ihr werdet noch hören welche lautstärke das ding entwickeln kann natürlich bluetooth will aufgeladen sein da ist ja ein interner argo drin dazu kommt auch ein aufladekabel mit eine bedienungsanleitung die auch deutsche passagen enthält eine zertifizierung wenn auch nicht aufgebracht dann aber eben wenigstens fest verbunden ein aluminium gehäuse form schön robust das ladekabel kommt auf die seite wird gesteckt aufgeladen und schon ist die bluetooth lautsprecher box betriebsbereit das gitter ist auch alles metall ich prüfe das jetzt noch mal allseitig ein metall gehäuse ist ja leicht zu hören oben die anschlüsse zum aufladen und es gibt auch einen ein und aus schalter oben das sind um mir die flächen das ist also dann schon nicht aus metall ja hier noch mal aufgereiht und jetzt ein bisschen klang mache ich natürlich im freien damit man das auch so laut ist es schon mal jetzt aus einer gewissen entfernung und hier noch ein paar klangbeispiele muss ich vorsichtig sein vielleicht löscht mir die auch youtube also alles von dem smartphone geholt liebe freunde ich fasse hier noch mal das zusammen was mir gefallen hat kurz und bündig guter klang hochwertige verarbeitung kompakt und form schön danke für aufmerksamkeit so Untertitelung des ZDF, 2020